Hallo, es ist TipTapCube und heute machen wir eine gesunde Challenge mit sämtlichem Obst und Gemüse, wie ihr es hier sehen könnt. Oh, aber ausgepresst, als Saft. Genau, mit unserem Entsafter, den wir haben. Das sieht man dort gerade gar nicht. Ist egal. Jedenfalls haben wir das, beziehungsweise Papa, alles so ausgepresst, genau. Jetzt haben wir hier überall den Saft übrig, hier von Orange, Gurke, Apfel, Paprika, Weintrauben, Karotte, dann rote Beete, Lieblingsgemüse von Ash und Zitrone. Rote Beete? Ja, magst du doch voll gerne. Saftet nicht. Die Challenge besteht daraus, dass jeder einen so einen Esslöffel davon trinken muss. Genau. Und dann muss es natürlich das Richtige erraten werden. Die Augenklappen sind auf. Augen binden. Und jetzt gibst du uns was, ne? So und jetzt geht's los, genau. Ich gebe euch beiden jeden das Gleiche und dann müsst ihr mir sagen, was es ist. Wie machen wir das? Oder soll ich uns unterschiedliche Sachen geben? Nee. Jetzt. Ich glaube das Gleiche. Aber das Gleiche? Also mir ist es egal. Ash, was denkst du noch was ist? Karotte? Next. Oh, ich kleckere. Wir kommen jetzt das Gleiche. Sollen wir? Wir machen das unterschiedlich. Ja, okay. Habe ich irgendwas am T-Shirt oder so? Nein. Gut. Entschuldigung. Also ich würde sagen, das ist auch Karotte. Da schmeckt man eigentlich eindeutig. Ja? So süßlich ein bisschen und karottig. Aber geht bei unterschiedlichen Sachen. Am besten nicht lecker. Nee, ich würde noch ein bisschen weniger. So Ash, Mund auf und rein. Und was denkst du das? Apfel. Waffelsaft. Waffelsaft. Waffelsaft ist eigentlich noch am leichtesten, oder? So eine Karotte. Das ist ja auch stimmt so. So. Ich habe Weintrauben. Ein Punkt für Max. Das waren die Weintrauben. Hey, wie sagst du denn, ich will nicht einen Punkt? Weil du keinen Punkt erraten hast. Du hast einen Apfel. Ist aber nicht schlimm. Da haben sich deine Geschmacksnerven getäuscht. Ja, so. Glaub ich. Und auf. Ups. Jetzt habe ich wieder mal echt gekleckert. Was machst du denn auch? Ich kriege ja gar nicht. Oh, Zitrone. Zitrone. Alter, woran? Nein, gar nicht. Max. Und? Sehr sauer. Also wenn das nicht Zitrone ist, dann weiß ich auch nicht. Das muss Zitrone sein. Super. So. Oh Gott, ich habe wieder Bremsa abbekommen. Eimer Esch. Und Zucker. Paprika. Wow. Super. Mal gucken, ob Max. Was da rät. Ja, die nächste ist doch etwas anderes. Max. Was sagst du, was das ist? Ja. Das haben unterschiedliche Paprika an hier, oder? Nein. Das sind unterschiedliche Sachen. Und das gleiche. Und das gleiche. Und auch. Dann müssen wir beide auf drei Ingolias sagen. Okay? Ja. Kannst du noch nicht sagen, was du denkst? Ja. Weil ich muss das schon so auf ein paar Mal trinken, dann weiß ich nicht, was das ist. Ich weiß nicht. Ich dachte, das schmeckt stärker, aber... Wollen wir sagen beide? Ja. Zwei. Eins. Rote Bete. Ja. Als Esser habe ich überlegt, zu sagen Apfel, aber... Ich finde, das schmeckt gar nicht so stark. Wie viel ist denn da drin? Ist das mit Wasser verdünnt? Nee. Ja. Echt nicht? Nein. Alles klar. Nehmen wir mal als nächstes. Ist das überhaupt nicht los? Komm mal her. Einmal für Esch. Hey, das ist ja Apfelsaft. Ja, super. Jetzt wird das richtig schwer, ne? Für Mac. Mal gucken, was du daraus schmeckst. Und? Was schmeckst du? Gurken. Richtig. So, sind wir soweit? Wir sind soweit. Einmal für Esch. Aber esch dauert nicht gut, finde ich. Ist das eigentlich zu schmecken? Ja. Machst du sowas unterschiedliches, oder? Ja, jetzt mal. Ich bleibe nämlich viel übrig. Und? Noch ein Löffel, oder? Gurke. Ja? Ja. Okay. So, jetzt mal für Lex. War das richtig? Gleich. Einmal für Mac. Super. Richtig. Richtig. Super. Bei denen hatte ich das jetzt falsch. Du könntest die Klappen abnehmen. Ach, wir sind schon durch? Wir sind schon durch. War auf jeden Fall eigentlich relativ leicht so zu erschmecken. Außer Rote Beta irgendwie. Ja, ne? Und? Ja. Zwei Punkte weniger. Ist ja nicht schlimm. 8 Sachen. Das heißt, was hab ich denn? Alles richtig? Alles falsch. Ja, auf jeden Fall war echt lecker auch. Mhm. Aber ich fand einige... Außer Rote Beete und Zitrone. Zitrone war das einfachste. Ja. Und da würde ich mal sagen, war es jetzt hier von uns und dieser coolen Gemüse- und Obst-Challenge. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Luise. Gönnh Priest pickaxe...